Der Spieler Tactile Wizards hat sein Premium Plus aufgrund von gigantischen Verdacht auf Account Selling erzogen bekommen. Der Clan Olco sucht momentan noch einen Member, bewerben kann man sich auf der Webseite oder auf dem TS. Zudem sucht der Clan Relon noch Pusher und Base Apps, bewerben kann man sich auf dem Teamspeak. Wenn ihr in der nächsten Folge etwas erwähnt haben möchtet, dann markiert mich gerne auf Twitter. Kommen wir auch schon zu der Top 10, links seht ihr die neue Top 10 und rechts seht ihr die alte Top 10. Skali ist von dem zweiten auf dem ersten Platz aufgestiegen. CKD ist von dem sechsten Platz auf den zweiten Platz aufgestiegen. Der Clan G9 ist von dem ersten Platz auf den dritten Platz aufgestiegen. Jace bleibt weiterhin auf Platz 4. Der Clan G9 Punkt ist von Platz 8 auf Platz 5 aufgestiegen. Pans ist 9 in der Top 10 und ist direkt auf Platz 6. Difficult Squad bleibt weiterhin auf Platz 7. Der Clan West ist von dem fünften auf dem 8 Platz abgestiegen. Team Crypto ist 9 in der Top 10 und ist auf dem neunten Platz. Und Axal ist auch neu in der Top 10 und belegt den zehnten Platz. Die Clan Pablo und Concept sind aus der Top 10. Das war's auch schon mit der Korsus. Wir würden uns freuen, wenn ihr von 0 an jeden Sonntag haben bei uns alle stattgefunden würdet. Das ist die Zuschau, nicht am downtrend für dich. Wir werden heute fahren. Aufgeben Dezuneigung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017